ein planetarsches willkommen zurück zu einem neuen video hier auf diesen kanälen und damit zu einer neuen folge von minecraft libertas und heute habe ich mir den zorn geschnappt und heute werden wir irgendwas zusammen machen ja spaß du musst die technobrille auch aufziehen so wie ich ach warte ich glaube ich habe warte ich hole sie kurz von zu hause technocolor brille ja was sind da für zombies das viele oh gott die nacht ist nicht so einfach wie oder ist auch ein crepper ja ich habe gerade was verdammt komisches online creeper creeper ich habe gerade was verdammt komisches gefunden leute ich wollte gerade so mein abendessen den leuten zeigen und dann sehe ich hier und boote weil als ich gerade rausgehen was sind das außerdem für vögel kommt mal bitte her kommt mal bitte ja ja warte ich jetzt sind richtig viele monster aber der server liegt diesmal nicht so schön das ist krass echt ja wir wollten gerade eigentlich auch eine folge aufnehmen warte ich spreche mal mit dem okay seid gegrüßt ihr narren ich komme um euch mitzuteilen dass der große mächtige und gütige herrscher vulkanus ein treffen für verhandlungen mit euch arrangiert hat dazu zieht bitte in richtung süden zu seinem lager wartet nicht sondern brechet sofort auf oh mein gott da kommt ein vogel pelikan und wir haben angegriffen okay erst mal sammeln okay welche richtung süden süden meinte das müsste diese fiescher achtung das ist hier hier lang hier ja ja also das ist ob das eine falle ist ach das wird schon gut gehen au gott diese blöden monster ich muss mal was essen ich geh schon mal vor wieso war ich denn auf gott oh gott oh ja ich meinst glaube ich auch auf nur die leute ich stelle mir das mal gerade höher ja ich hab's gerade auch breit ja ich auch besser sehen können weil auf youtube wird das noch mal dunkler so warte mal ein bisschen und leute ich habe mir übrigens jetzt endlich mal ein hang glider gecraftet weil ich voll damit hinterher hing das stimmt du warst die einzige ohne hang glider aber die sind etwas so praktisches deswegen habe ich mir halt auch einen gecraftet also das ist die richtung süden ist das richtig so jetzt das habe ich nachgeguckt gehörte aber das kann halt überall richtung süden also das kann da irgendwo sein das kann links ja also ich habe auch sehr unpräzise angaben auf jeden fall ist es das da reich das ist das ein lager nähen also ein lager sieht anders aus für mich glaube ich ich guck mal das ist ne raketenabschutzstation warte hier geht ein trepp runter vielleicht kann man da gerade was lupen ja hier ist eine kiste waffenöl twinkie schrott und staub ich hab ne fucking missile gefunden zwei stück ich hab ne ingredients missile und ein bunker buster gefunden gut und ein missile launch meinst du ne rakete ja und dann heiße ich ein missile junge ja mir egal ich glaube ihr habt alle stärkere waffen als ich hab ne elf attack damage und sagen was hast du 13 ok ich habe nur neun also ich bin hier am schwächsten von uns allen aber ich hoffe das klappt trotzdem ich ich ziehe mir vielleicht mal auch meine rüstung an ja das ist ein bisschen schlauer vielleicht sollte ich meine rüstung an okay wir sollten den kurs nicht verlieren ja hier sind aber auch noch die ganzen pelikan und sowas und die ganzen spinnen zorn warte wir fliegen doch gerade in die richtig ja ja okay ich habe die orientierung voll verloren keine sorge das sollte immer noch keine sorge so wie du jetzt sagen würdest junge mädel meine ich mein plenny ist mein sohn eine heilige chance oh mein gott da unten sind richtig viele monster ja da bist du ja ohne hexe hexe einfach weiter einfach weiter und nicht treffen lassen hä tot kommt ihr hinterher ja ich bin direkt hinter dir ok leute ja ich bin ein bisschen zurückgeblieben ja egal warte auf mich leute du bist voll schnell und sportlich und ah da bist du ja ah zauber hilfe ey wie lange müssen wir denn noch da ist ein meserbiom aber da sind noch kisten zum looten ja waffenkisten und schätze und curry ok ich lasse dir das zeug da iridium erz lol ich werde angegriffen oh nein tobender zombie der hat 60 leben ja ich habe zwei waffenkisten vielleicht kriegen wir ja ich werde von irgendwas angeschossen ja die wisp schießen blitze warte bananapad shit ich habe es einmal getroffen ich komme nicht an die wisp dran bogen bogen ne mit dem oh no das sind die teile ja ich habe sie ich habe sie ich habe sie ok lass einfach weiter die hatten wir doch in morpheus oder so lauf 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 lasst einfach weg schnell hier oh no wo seid ihr hin ich bin unter dir ich habe mal dieses tombcraft buch gefunden ok ja ja aber wo bist du da links ist ein haus hier oh mein gott da ist ein lager da ist das lager da ist das lager da drüben hey bei mir läst du nicht obwohl ich render assistance extrem habe bei mir ist dort da sind zelte oh jetzt sehe ich es auch und wachen da sind oh nein die sind böse da ist vulkanus hä wo moment lass mal warte mal wo seid ihr denn da wo seid ihr denn hier ich bin hier ich bin hier hier wo bist du ok ja warte mal ok ok jetzt müssen wir mal gucken wie stellen wir das an ich glaube der ist nicht für verhandlungen da ok ich hab hier noch fleisch drin kurz mein fleisch wegschmeißen ok ich würde sagen angriff ist die beste verteidigung ok angriff ich geh auf vulkanus halt sei doch nicht so übermütig ihr widerlichen klein biester werdet scherm oh mein gott der hat richtig knockback ich helf dir som ja helf lieber felix helf lieber felix oh mein kommst du damit klar holy ja oh shit ey oh wow ey der ist krank ich hab ne technik gegen ihn ich hab ne technik gegen ihn weil er hittet mich so nicht wir können den nicht wir können den niemals besiegen aber der hat viel zu viele leben ok also dirb du blöder pelikan warte kurz rückzug kurz rückzug ja 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 ich hab dort teile für ne atombombe gefunden und die mitgenommen nein das nein wir müssen den besiegen aber wir können doch keine atombombe benutzen lenke ihn ab und ich spreng alles in die luft aber dann werden wir doch radioaktiv verstrahlt oder so ihr haut in der zeit ab ich sag sobald ich die zünde und ihr haut dann bitte ab ok aber du kommst mit oder ich werde ich einer muss die bombe zünden und ich mach das ok können wir das nicht über nen hebel über ne redstone redstone das geht nicht die bombe muss wirklich von jemandem ausgelöst werden gibt es nicht irgendeine andere lösung ich sehe keine andere lösung aber wir wollen dich nicht verlieren einer kriegt mein gravity gun einer kriegt mein banana pad und ich will die kröpfe ich kann jetzt hat sie beides nein hier du kriegst banana du magst auch bananen kappa so ehrenlos ok aber wir müssen ihn ablenken ok ok wir wir verschaffen dir ein bisschen zeit aber verspricht dass du hinterher kommst so schnell es geht ich versuche es ok Abby los gehts seid ihr bereit ich werde dich vermissen wenn es denn nein du wirst nicht sterben das wird sowas von lenkt ihn weg lenkt ihn ab ok ich gehe in sein Haus vultanos komm hierher na los ok au au feuer ok die atombombe steht hier wir können wir können wir haben ihn in die Ecke getrennt komm wir kombonieren hey Felix du brauchst die atombombe nicht wir bekommen ihn zu rennt rennt jetzt weg ok komm hinterher Felix wir sehen uns ja ok hängt leider schnell weg hier weg hier ich zünde sie jetzt ok 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 seid ihr weit genug weg äh wissen wir nicht ich habe 25 megatonnen uran drin woher hast du es egal lebt wohl Felix lebt wohl du schaffst das er hat mich im zelt gefangen ich kann hier nicht raus nein Felix komm rennt 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 einfach ich versuche ihn aufzuhalten Leute wo bist du so hier das darf nicht wahr sein vergesst mich bitte nicht